Ich habe mir ein K4, ja, wer kennt das schon K4? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es ist immer wieder schön, dass du mit dabei bist, denn wir schauen uns heute das K4 LED-Videolichter. Das heißt, ihr könnt euch hier eben selbst beleuchten oder halt eben Produkte. Das Ganze kann man auch auf den Tisch befestigen, aber man kann dir das auch hinuntergeben, denn es hat auch einen integrierten Akku, um halt eben auch hier hin und dahin natürlich ein sogenanntes Produkt halt eben gut zu beleuchten. Ja, was soll man hier noch großartiges sagen? Wir schauen uns mal die Verpackung hier an. Was kommt hier eben quasi alles mit und vor allem auch, ist es auch ihr Geld im Endeffekt danach noch wirklich wert? Was kann man hier alles einstellen? Wir haben das Riesenteil vor uns liegen. Ich bin schon mal gespannt, ob das Ganze hier auf der Kamera auch wirklich alles mitgefilmt werden kann. Vorne habe ich schon vorhin gesagt, das Ganze kann man hier auf den Tisch befestigen mit einer Zwinger. Das heißt, ihr braucht hier nicht irgendeinen separaten Ständer, um halt eben noch weniger Platz auf eurem Desk-Setup zu erreichen. So, das Ganze wird halt eben draufgeschraubt. Das kennt man auch bei sogenannten Mikrofon-Armen. Hier steht nochmal drauf, Save Money on Light. Zu gehen von der Marke Fijim. Da hatte ich schon einmal das ein oder andere Produkt davon. Sonst kann man nichts sagen. Also drehen wir das Ganze um. Wir können das Ganze ausziehen von 37,5 cm. Ist der kleinste. Und halt eben komplett ausziehbar bis 96 cm. Also das ist, würde ich sagen, eine wirklich angenehme Höhe. Sonst gibt es eigentlich nichts. Das Ganze ist auch Teil von Ulanzia. Ulanzia. Das heißt, ich glaube, das ist eine Tochterfirma. Wenn ich das ein bisschen falsch gesagt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich kann ja auch nicht eben alles wissen. So, sonst eigentlich nichts. Das heißt, wir packen das gleich mal aus. Das Ganze, glaube ich, geht sogar ohne Messer zum Auspacken. Das ist auf alle Fälle mal verkehrt. Ja, so lässt sich auf alle Fälle anfangen, wenn wir das schon verkehrt rausziehen. Läuft, würde ich sagen, bei mir. Alles raus damit. Und das Teil mal auf die Seite. So, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht ruiniert. So, da haben wir die Beschreibung. Die K4-Beschreibung. Mal schauen, was da alles integriert ist. Natürlich mal einmal auf Chinesisch. Schauen wir hier wenigstens mal Englisch dabei. Oder vielleicht sogar Deutsch. Mal gucken. Nein, ich glaube, das Ganze ist auf Japanisch. Englisch sollte hier aber trotzdem sein. Ja, wir haben zumindest eine englische Bezeichnung, aus welchen Teilen sich das Ganze eben zusammensetzt. Was gibt es hier noch? Natürlich, was hier alles im Lieferumfang mit integriert ist. Ja, das hinten das Einstellen. Das schauen wir sich natürlich, würde ich sagen, gleich hier im Video an. Ja, das Ganze ist auf alle Fälle wirklich sehr gut gepolstert. Das Ganze ist wirklich auch ziemlich gut beinahmt, muss ich sagen. Wenn man es nicht so wie ich verkehrt hinausgibt, sollte man hier keine Fehler machen. Wir haben hier das dazu passende Ladekabel. Das heißt, wenn das Ladekabel defekt ist, ist es natürlich ein bisschen scheiße. Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Denn ihr braucht auf alle Fälle dann genau den gleichen Stecker, weil man das halt eben nicht so leicht tauschen kann. Also da hat auf alle Fälle die Firma bei mir einen kleinen Kritikpunkt gefunden. Weil natürlich hier nichts mit USB-C geladen wird, sondern halt eben mit dem dazu beiliegenden Kabel. Was würde ich sagen, hat das Ganze? Na, das Ganze hat auf alle Fälle eineinhalb Meter, würde ich sagen. Man sieht es hier eigentlich gut auf der Kamera, dass man das wirklich gut verstauen kann. Dann ist hier natürlich die Befestigung für den Tisch mit dabei und natürlich die Videoleuchte. Das heißt, das Ganze ist auf alle Fälle mit drei Teilen wirklich sehr schnell machbar. So, schwuppdiwupps und ziehen wir das Hütchen da auch nochmal runter. Da ist sie also, die K4 LED Leuchte. Also wirklich eine ziemlich große Leuchte. Also würde ich sagen, um die 23-24 cm hätte das Ganze in der Länge und in der Breite kommen wir hier auch auf locker 20 cm. Das heißt, 30 x 20 cm wird das dazu passende Maß sein. Dann haben wir hier nochmal unser kleines Klebeli auf der Vorderseite. Das ziehen wir gleich mal ab. Ja, so schön wie es jetzt ist, wird es nie wieder. Brauchen wir aber nicht. Was können wir auf der Unterseite hier sagen? Hier haben wir nochmal so eine Beschriftung, halt eben oben drauf. Also wir haben hier natürlich einmal den Stecker halt eben für den Stromkabel. Da haben wir natürlich den Ein- und Ausschalter. Hier können wir das Licht quasi dimmen oder halt eben heller stellen und hier dann nochmal die Lichtfarbe ändern. Mal schauen wir mal, ob das überhaupt angeht. Ja, also ihr seht, da habe ich jetzt nicht gelogen. Das Ganze hat auf alle Fälle einen integrierten Akku, was ich wirklich von Vorteil finde. Denn ihr müsst nicht immer auf dieses Ladekabel halt eben zurückgreifen. Was steht hier nochmal drauf? Ich traue 19,5 Watt, 450 Lux mit einem Meter und Color eben von 3200 Kelvin bis 5600 Kelvin. Ja, da hat nochmal eine kleine Bezeichnung. Ich halte euch das hier mal in die Kamera und könnt euch das einmal selber anschauen. Hier steht wirklich schon alles drauf. Ich werde euch einfach mal die Akkugröße hier einblenden nach der Recherche und gut ist. Wie schon gesagt, wir haben die Knöpfe hier durchgegangen. Wir haben halt eben hier den Lade- bzw. den Ladeeingang mit dem passenden Kabel. Wir haben hier Ein- und Ausschalter. Wir können natürlich die Lichthelligkeit und auch die Lichtfarbe halt eben ändern. Das Ganze hat 19,5 Watt und hat 450 Lux. Von der Farbenheit natürlich wechseln zwischen 3200 Kelvin und 5600 Kelvin. Das bedeutet natürlich, wir haben hier ein kaltes Licht und ein warmes Licht zum Beispiel. Da unten haben wir noch den ganz normalen Anschluss für das Dreiviertel-Gewinde, was man halt eben so auch kennt von einem Schwenker. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt einmal auf ON. Dann seht ihr gleich auf der Seite das ganze Einsteigen mit einem LED-Pendel. Das heißt, da oben wird auf alle Fälle eingestellt die Intensivität. Der Lampe könnte man halt eben rausstellen bis zu 100%. Das ist wirklich enorm viel. Auf der Unterseite können wir aber hier noch den Kelvin-Wert ändern. Das heißt, von 3200 bis 5600 Kelvin-Wert, da ist auf alle Fälle was machbar. Das heißt, 3200 haben wir hier das warme LED-Licht und wenn man hier ganz rüber dreht, kommen wir ins Kalte. Und ich würde mal sagen, zum wirklichen guten Testen würde ich jetzt einmal auf 4000 Kelvin, 3700 oder 3600 da, glaube ich, spielt das sich ab, was ich wahrscheinlich persönlich etwas benutzen würde. Die LEDs-Pendel, ihr seht das schon, ich halte das hier in die Kamera mal hinein, in die andere. Das Ganze ist wirklich, wirklich extremst hell. Das kann man auf alle Fälle sagen, dass das wirklich sehr, 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 sehr hell ist. Gut, sonst gibt es eigentlich nicht wirklich was zum Erzählen. Dann nehmen wir nochmal dieses eine Teilchen daher und schauen uns hier an. Das Ganze ist aus Aluminium, also ist nicht Plastik oder Kunststoff. Das ist wirklich, sage ich jetzt einmal, gut und stabil vor allem. Da haben wir natürlich jetzt einmal das Schraubgewinde, um das Ganze an den Tisch zu befestigen. Was haben wir hier? Ich würde sagen, ja, da haben wir zwei, vier, sechs, ja, ungefähr acht Zentimeter kommt da locker, locker, locker hin. Das Ganze lässt sich auch hier auf der Oberseite natürlich schwenken, wie man es im Endeffekt dann braucht, ob es halt eben von Overhead ist oder halt eben vorne in euer Gesicht. So, wir werden das Ganze jetzt aber einfach mal so professorisch mal auf den Tisch knallen, dass ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. Ist das Ganze schon mal auf den Tisch befestigt. Hier lässt sich das einfach ganz normal hinausdrehen und natürlich auch nochmal erweitern bis zum Gehtnichtmehr. In unserem Fall lassen wir das jetzt aber mal so, wie es ist und dann würde die LEDs im Endeffekt so dann drauf kommen. Zack. Und dann kommt natürlich noch das Kabel hier unten oder beziehungsweise hier hinten rein. Ja, was gibt es da noch im Endeffekt? Nicht wirklich viel. Ich nehme einmal hier meine andere Kamera und versuche euch das hier zum zeigen. Und zwar, ihr seht es schon, es ist wirklich gar nicht mal so schlecht durchgeführt. Wir haben hier 100% und das warmweiße Licht. Schalten wir jetzt mal ein, also die 100% sind hier definitiv ziemlich gut machbar. Also wirklich finde ich gar nicht mehr so verkehrt und wirklich schön. Ist wirklich stabil. Dadurch, dass es ein Akku hat, müsste jetzt nicht unbedingt den Netzstecker benutzen, sondern könnte weiterhin den Akku halt eben benutzen. Wenn wir das Ganze dann noch einmal ein bisschen weiter nach oben geben wollen, wird das eigentlich ganz normal hier unten aufgeschraubt. Zack, zack und kann so wirklich eine ziemlich, ziemlich erstaunliche Höhe bieten. Ihr seht schon, das Ganze ist wirklich lange echt, echt, echt. Da bin ich schon wirklich begeistert von dieser Leuchte. Wenn ihr dann zum Beispiel, so wie ich, beim Tischset und das Ganze ein bisschen anders benutzen wollt, könnt ihr auch hier zum Beispiel eine Tischaufnahme machen. Das ist enorme Hilfe, wenn wir irgendein Produkt halt eben herzeigen, ob das jetzt eben eine kleine Taschenmesse ist oder irgendwas anderes. Das ist wirklich, wirklich, wirklich brauchbar und wirklich toll. Ja, dann würde ich sagen, das war es wieder mit dem kurzen Video bei mir und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank und ciao.